Willkommen zurück. Ich trinke nur noch gleich mal Kaffee. Klingt aber gar gefährlich im Mikrofon. Okey-dokey. Dann wollen wir mal. Da 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 da. Rona Feldbusch. Das war ja diese... Ach, das war ja diese ganz neue Met. Das ist natürlich Bullshit. Das ist natürlich richtig Bullshit. Ja. Fuck. Da voll sind... Da sind so viele Webernames. Die machen mir jetzt schon ein bisschen Angst. Ähm. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Nein, falsche Waffe. Fuck you. Die falsche Waffe. Ich will die hier haben. Danke. Dort gibt's aber auch nicht. So. Oh Gott, sind überall so viele Gegner. Ach du Scheiße. Oh Mann ey. Oh nein, was ist denn jetzt los? Ich schau euch alle rein. Digger. Ähm. 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 Fuck, wie mach ich das? Ich muss erstmal irgendwie dafür sorgen, dass... die zu mir kommen. Dass sie zu mir kommen. Sind die... Äh. 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 Ja Scheiße. Äh. 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 Och Mann, Alter. Ich fick's nicht gleich. Mach's nicht. Türabeller. Wow. 14 Prozent Leben. Na nein. Warte mal. Ich schwollte schießen. Du holst uns. Ähm. Klingt schon so scheiße. Hast du dir so gedacht, ne? Bam. Och Alter, wieso... Ich krieg ne Macke. Okay. Okay, Leute. Ich muss erstmal gucken, wo ich hin, damit ich rennen kann. Ach ja, da kommen auch gleich so viele Gegner mit einmal, ne? Ähm. Okay. Die erste Welle hat mich verstanden. Speichern. Ganz schnell. Ha. Puh. Ha. Puh. So. Okay. Jetzt. Wo sind die ganzen Leute? Leute? Seid ihr? Haha. Meine Fresse, Alter. Wow. Oh. Oh. Ihr müsst euch schon ein paar Regeln halten. Nicht rumschießen, wenn Personen im Gefahrenbereich sind. Und scharf geschossen sind sowieso nicht. Du... Du hast zur Rechenschaft gezogen. Du kannst einen Knast über deinen Falten nachdenken. Bitch. Okay. Das war's. Das war ja langweilig, Digga. Wir haben's ja quasi beim ersten Versuch geschafft. Okay, nicht wirklich, aber... Oh. Da sind jetzt auch noch welche. Da sind auch welche. Da sind überall welche. Dann geht mal nach Mac. Tschüss. Da kommen die jetzt, oder was? Hallo? Hallo, Motherfucker. Das sind's ja. Oh Gott, die haben so gleiche Farbe. Alter, aber das hier ist echt scheiße. So sieht man die Gegner nicht. Du. Witzgeburte. Wo schießt ihr? Wo ist denn der? Boah. Du kannst ja eh mal runter. Tschüss. Oh. Schönes für Munition. Für die Shotgun-Bank. Hey, Baby. Wo ist denn der jetzt davon? Wo schießt der eigentlich? Aber da oben sind ein paar, die auf die Fresse wollen. Na komm her. Du kleiner Kanacken-Kanacke. Oh. Heavy Machine Gun. Das ist ja nett. Wo sind die andere hin? Genau dich meinte ich. Braucht gar nichts dazu, als wenn ich dich nicht sehen könnte. Ich kann alle sehen. Sogar Spectres kann ich sehen. Mit meinem Spektral-Farben-Visier. Oder so. Habe ich schon Heavy Machine Gun? Nee, ne? Nö. Wow. Was heißt also? Wow. Meine erste gute Waffe. Also. Bissere Waffe. Für die, die die Waffe nicht kennen. Das ist quasi ein... Oh. Und... Ach da schießen sie. Sehr interessant hier. Dann geh ich mal nach da. Und verschand mich mal hier. Ähm. Ja. Die hat praktisch zum einen Granaten. Zum anderen kann sie aber auch schießen und hat Dauerfeuer. Ja. Ist also praktisch so wie die hier. Nur hat die halt keinen Anlauf. Äh. Die hier hat halt keinen Anlauf. Ist glaube ich etwas langsamer. Hat aber dafür pro Schuss mehr Damage. Und hat wie gesagt auch noch. Wenn man nicht vergisst nachzuladen. Äh. Granaten. Also ist schon nicht schlecht. Nee. Und hat auch noch einen Secondary Mode. Oder auch nicht. Okay. Ist auch egal. So. Okay. Nee. Bei Project Brutality. Da gibt es auch so eine etwas stärkere Waffe. Und die hat dann auch noch einen zweiten Feuermodus. Da kann sie praktisch statt dem gesamten Magazin 100er-Magazine nehmen. Aha. Siehst du hier ein Spectre? Habt ihr gesagt. Ich kann euch sehen. Bam. Fotze. So. Das Problem ist. Sobald ich hier reingehe. Kommt 20.000 Gegner von überall. Und darauf habe ich offen gesagt. Keinen Bock. Ich hasse so eine Fall. Ganz ehrlich. Ich meine Weltgegner sind gleich von Anfang an. Ja. Aber dieses. Man ist irgendwo sicher. Oder denkt man ist sicher. Und sind überall mit einmal. Also ist schon ganz schön eine Arschmuffel. Wie komme ich eigentlich an? Geht das Ding auf? Nein geht es nicht. Hä? Äh. Wie komme ich hier rein? Ach ja. Ich musste da rauf springen. Och nö. Das gibt es doch gar nicht. Schaut mal. Hier. Auto. Äh. Tada. Immer wenn ich dort rumlaufe, verliert das Auto an Leben. Und das heißt also, ich laufe in Gefahr, dass wenn ich hier drauf rumlaufe, das Auto irgendwann Bumm macht. Siehste? Und wenn ich unsach da raufkomme, beim Roll rumlaufen, dann macht es einmal, ihr seht ja es wird immer weniger, 64, 58 und so, einfach nur schon drauf rumlaufen. Und bumm. Das war es dann. Für alle die sich erschreckt haben, Pech gehabt. Und deswegen hasse ich sowas dann auch noch als Sprung zu benutzen. Verliehen die LKW ist eigentlich auch schade. Ne, ne? Die LKW haben nicht sowas. Und das Wetter noch. Okay. Dann muss ich da rüber springen. Gibt es Rettung von Ausgang? Ja, da gibt es nur Ausgang. Sehr schön. Gut. Dann versuche ich darüber zu flüchten. Ich hoffe, das Ding schließt da nicht. Oha. Nein. Äh, woher geht es hier weiter? Oh. Ach du Kacke. Oha. Alter, Leute. Hä? Wie kommt denn hier rauf? Ach, ich muss da. Hm. Ach, leck mich doch. Äh. Das ist noch gar nicht die weg, von der ich dachte, dass hier das ist. Ich habe da dieses Team her, wo es da hinten so rum geht und dann dieses riesige... Na, woher am Ende ist Beidermaster mit dazu gefahren? Fuck. Das heißt, ich habe tatsächlich alle Gegner mit einmal und kann nicht flüchten. Das ist schön scheiße. Okay. Ey, ich versuche mein Glück. Leck mich am Arsch. Boah. Hier kommen überall welche. Na, geh runter. Wieso geht er nicht runter? Was ist hier falsch in diesem Spiel? Alter, ich habe kaputt hier alle Monster zu. Oh Gott, Alter. Guck doch mal, wie viele es sind. Na, ich versuche es einfach mal. Erstmal dumm rumlaufen. Das ist schon mal das... Wow, das erste Auto brennt doch schon. Autsch. Das verlang jetzt nicht sehr gesund. Das war auch nicht gesund. Ah. Ah, fuck this shit. I'm out. Bitch. Ah. Gibt es hier irgendwie einen Bereich, wo ich den nicht aktiviere? Äh, okay. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Das ist doch Bullshit. Boah. Alter, ernsthaft jetzt? Ach du Kacke. Das ist doch alle nicht mehr ganz dicht hier. Nein, nein, nein. Ach maaaannn. Ich kriege einen Ständer. Und das meine ich nicht positiv. Nur meine hier. Warm. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, Alter. Ich häng jetzt hier fest. Ernsthaft. Oh, Alter. Oh, Alter. Ah, Leute. Was macht ihr hier eigentlich? Habt ihr überhaupt studiert? Oh. 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 Leute. Was soll ich jetzt hier jetzt hier machen? Ich will wieder zurück. Leute. Äh. Oh, Alter. Das sind doch alle krank. Wow, ich hab noch 34% geblieben. Na los, lass mal. Oh. Oh, ich bin eingefangen. Ich bin eingefangen. Ich bin eingefangen. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ach Leute. Ihr seid doch alle krank. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Boah, Alter. Wieso? Oh, nein. So, ich hab euch alle. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. muss das sein genau so muss das sein und jetzt kann ich sie nämlich schön in ruhe wegkletten das ist das behindert aber gut ich habe gespeichert von daher und das muss noch warten bis die scheiß kakutin bei mir sind so wie der da zum beispiel wo ist eine andere mehrere könnte mir erzählen dass nur einer ist ich glaube im kreis in hoffnung dass sie beim versuch nicht anzugreifen nicht die wird umbringen achten wir können kakutin mann ich sehe die kommen her ja genau ja weil er hat es gut wenn man schön ruf auf die autos die braucht keiner war los autos brennen perfekt was ja ja das brennen auto brennt das hört euch ich will euch bluten sehen ja hallo was muss mit dem auto los einfach gut doch haha okay erstmal speichern so jetzt muss ich es ja erledigen andererseits könnte ich auch die dinger hier verwenden ach so ich kann ja wahrscheinlich nicht durch den zaun schießen oder ich lasse es mal wenn ich noch ein paar hallo leute ja tatsächlich man kann man kann nicht durch den zaun schießen ich bin sicher ha 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 ist das herrlich aber das macht spaß kannst du so alle autos kaputt machen hier Hier brauchst du zu lange Leute, macht mir hin, der Karten wird kalt, was man hier aber auch nicht rüber kann, ist schon echt Arschscheiße. Am besten ich guck mal doch rüber, weil das dauert mir hier zu lange, die brauchen ja noch 6 Jahre, bis sie mich hier, äh bis sie sich selbst umgebracht haben, gut, wie viel hast du noch? Es geht. Das Problem ist, muss ich rüber, ohne dass ich mich treffen kann. Das geht aber wahrscheinlich relativ einfach. Oh, sie ist zur Sackelung. That is easy. Oh, hier ist auch noch einer. Äh? Alter. Oh, Alter. Wo sind die denn? Woah, 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 woah. Woah. Ach, Mann ey. Oh, ey, ich bin noch gar nicht. Warte mal. Wieso treffen die mich? Ich dachte, ich habe diese unsichtbar Kackding auf. Oh, Gott, da fehlt also doch nichts. Was mache ich jetzt? Äh, ich habe keine Ahnung. Boah Scheiße. Äh, es ist so Kackding. Oh Mann, ey. dort ist so kack deprimierend ach man leute ja komm das kann so nicht mehr das was das mal war jetzt muss ich danke ach man alter ich hab wieder nur zwölf punkte das ist jetzt hier das ist bullshit das ist richtig bullshit hallo da warum bleib ich an allen hängen das ist das ist Hä? Du stehst bei uns von Königou schießen? Alter, ich krieg aber gleich ne Macke. Warum macht das Spiel immer alles genau so, wie ich es nicht brauche, Vater? Also wieder im Kreisrennen, so lange bis sie sich selbst verstörten haben. Also so sinnfrei, das gefällt mir sogar schon fast. Wer kommt? Das war's. Oha, meine Fresse. Soviel ist, was Jufi will sehen. Ich guck mal, was ich für Waffen habe hier. Wenn ich Lückkampf habe, habe ich irgendwo Raketen. Nein, habe ich nicht. Egal. Es bringt ja nichts zu. Ich stelle mir eigentlich selber nichts davon, oder? Ich tuw. PACK! So. Ist das ein Bullshit? Okay. Gut, dann ist Hettler, dann kommt jetzt das nächste Abteil vor. Brauche ich beides nicht, aber das Ding kann ich gebrauchen. Ach Mann ey, also doch nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Das war's für mich. Das war's für mich. schon wieder ein roter der rote wiese komm auf die wiese im Wow! Das wäre jetzt gerade schon ein bisschen heftig. Ich hätte ja beide davon runtergeflogen. Da hätte ich aber alles vergessen können. Wir müssen ach da hinkommen. Na komm mal her. Dankeschön. Oh, hier gibt es auch Raketen. Mehr gibt es hier aber auch nicht. Ah ja, ist da irgendwo Tretten? Nö, ich hab mal nicht. Alter. Der ist aber aggressiv, ey. Okay. So, jetzt kann ich das hier brauchen. Dankeschön. Und... Dankeschön. Okidoki. Oh, ich krieg ne Macke. Ich krieg ne Macke. Leck mich doch alle kreuzweise im Karo-Muster. Wow. Wir haben drei gefehlt. Wir haben fucking drei gefehlt. Also, das hat mir eine ganze Packung hier angerechnet. Wow. Ah! Warum ist der hier oben? Was macht der hier oben? Ach du Scheiße. Ich bin tot. Der kann da jetzt aber auch nicht weg, oder? Nein, kann er nicht. Hä? Ich versteh das nicht. Geht doch. Da. Der kommt doch nicht mehr runter. Ha! Guck dir still, Mann! Es ist hier. Guck dir still, Lupin, Alter! Äh, ist ja dumm. Was geht doch da rauf? Da oben ist der Bereich für Jugendliche. Für Straftäter. So, die und das Ding lasse ich nochmal für später, also für ähm, Ende der Map. Aber so wie ich die Map kenne, oder so wie ich die Map kenne, also, hä? So wie ich die Map kennengelernt habe, so rund, äh, mag mich die Map garantiert weniger als ich sie, also, sie sind nur gut beide nicht. Oh nein! Das da wollte ich. Oh, Alter! Gibt's hier ein Zufeldung von Half-Pack? Gibt's hier ein Zufeldung von Half-Pack? Ich seh hier ziemlich lediert aus. Wobei es wäre wahrscheinlich besser gewesen nach... Ah, die drücken auf der richtigen Seite. Na komm. Ich weiß doch immer noch nicht, wo die Toiletten sind. Die waren irgendwo Toiletten. Aber ich finde die nicht. Ist doch bescheuert. Ist doch nicht blöd oder so, oder? Äh, ich krieg ne Macke. Wo sind diese verkackten Kack-Kack-Toiletten? Also mal. Da unten sind da Sachen. Aber wie viele Raketen schwimmen, äckig. Noch 6 Stück. Gut, hier sind die Uhr alle weg. Schade, äckig. Ah, perfekt. Oh, gleich, 2 Stück. Oh, das ist aber lieb. Hier nicht. Schade. Hier auch nicht. Auch schade. Aber gut, das soll jetzt mal reichen. Dann geh ich jetzt nach... Ok, ok. Rechnen wir mal. Gehen wir mal langsam hoch. Na komm. Oh. Ähm. Oh. Äh. Na super. Wenn's hier Panzer gibt's, dann ist das ja garantiert wieder so ne Panzermap, oder? Oh, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ach, oh man ey. Ah, wir gucken mal, was auf uns drauf zukommt. Was anderes fällt uns ja gar nicht übrig. Danke. 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 Oder? Hier. Danke. Ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Was haben wir? Ja. Ah. Na komm, schieß es doch mal. Geht doch. Was, ist da bloß noch 300 Kugeln? Wie viel habe ich schon am Anfang? Das ist ja nicht mein Witz, das ist ein Witz von dem Witz. Brauchen wir einfach alle unter uns hier wegräumen, ihr wisst warum. Wo es mehr gibt es ja aber nicht, das ist das Witz nicht. Halt, hat es den Auto-Aim oder was? Ich stelle jetzt überhaupt nicht an, was ich anvisiere. Na komm. Boah. Der hat Steuerhund ist ja... Digger, wo muss ich denn... Hä? Hallo? Ach nö, Mann, ganz ehrlich, was soll denn dieser Mist? Ach Gott. Only Monsters. Ich wüsste gerne, wo der hinschießt. Also Auto-Aim, noo. Also Auto-Aim, noo. Wieso? Na denn dass hier nur da hin ? Geht doch. Dankeschöön. So schießt man. Ich halte schwer, ey. So, ich mach das aber noch falsch ständig, dann nehm ich das hier auch komplett raus. Aber was weiß ich dran? Oh! Bleib von stehen hier! Das Ding hat ja auch einen Atrieb für die Hitlerjugend. Das ist ja sowieso nicht der Anderer. Geht doch! Komm! Komm! Wie realistisch ist das ein Panzer von der... Hä? Ja, was denn? Achso! Und wo denn? Komm doch her! Bye! Khaar! Khaar! Hallo? Oh! Tschüüss! Habe24! Arschloch! Was machst du hier eigentlich? Sag ich jetzt immer so oder nur, wo das Radwerk abging? Ja ne, war nur, wo das Radwerk abging. Ja ne, war nur, wo das Radwerk abging? Ja ne, war nur. Da wollte ich ihn einfach mal parken. Was macht der? Dann geht er weg. Was macht der denn? Wohin sind denn eigentlich hin grade? Ach Junge. Was musst du eigentlich alles falsch machen, um so einen Kack zu programmieren? Na los, jetzt fahr doch mal. Ja, ja, na, na nehm doch, jetzt. Ach Leute, das ist doch nicht euer scheiß Ernst. Ja, da, oh, komm 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 komm, vergiss es. Vergiss es einfach. Das ist mir einfach nur noch mal zu blöd. Alter, das macht doch nein. Das ist doch scheiße. Was mach ich denn jetzt? Gut, die beide kann ich nicht benutzen. Was haben wir denn hier für Munition? Ähm, für die ganze Gegner ist das jetzt ne Witz? Die kann ich Wixen verwenden. Gut. Gut. Hallo, da sind wir wieder meistens nach einer Raketen. wow als wann sind meine Raketen so gut na fuck so, das hätten wir schon mal weil ich echt ein bisschen gelegen gebrauchen könnte ach so, hier eben, unten ist auch noch eine Rüstung danke schön so, da wollen wir mal aha, da kommen sie so, da sind die Rüstung dawnen, dann sind die Rüstung so, da sind die Rüstung Otherwise wirdmachine so, da sind die Rüstung aman, dann müssen wir mal überlebt Alter, das geht selbst mit meinen handelsüglichen Waffen leichter, als mit den fucking Panzern. Aber die wienerischen Panzer, die feuern mich natürlich ganz sofort weg. Es ist so unausgeglichen, Leute. Es ist so, ich weiß nicht. So, jetzt kommen die beide ran. Ach, wenn alles so leicht sein könnte. Gut. Ich glaube, der Cyber Demon ist der einzige, wofür sich dieser Panzer lohnt. Alles andere, wie ich ohne Panzer, leichter weg, als mit Panzer. Das ist doch nicht mehr normal, Leute. Ganz ehrlich, da kommt ja doch so ein Scheiß. Ah ja, komm zu mir, komm, wir brauchen zu mir. Jawoll, ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Ja, ein braver Junge und süß dich. Alleluja. Jetzt geht's ab. Und wer das uns jetzt nicht, dann, 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 heißt nicht. Weil, ich meine, irgendjemand müsste doch die Panzer für mich haben. Hä? Ist schon wieder Auto im Aktivis, oder was? Ja. Das war doch, das war doch so klar. Ach, das ist ein Witz. Das ist, es ist und bleibt ein Witz. Es macht keinen Spaß mehr. Nein. Das ist nicht mehr normal. Ah, der hat natürlich gleich wieder 5000. Das, der gar nicht. Mein Panzer hält weniger aus als dieses, als dieses, ja, weiß nicht, Fleischwesen. Das ist doch, wer denkt sich so Müll aus? Das ist doch, nein. Das, nee, das ist, nee. Ach, Leute. Wenn ihr wüsstet, wie frustriert ich gerade bin. Also, ich meine, optisch gesehen, ich muss es mal eins sagen. Klipp und klar. Optisch gesehen, geht Extermination Day in vielerlei Hinsicht definitiv besser aus als Brutal Doom Starter Pack. Und auch, gerade was so die Implementierung von der Welpen angeht, dieser Ausbau von der Welpen, Texturen, neue Räume und so, alles wunderschön. Und die ersten Maps haben auch richtig Spaß gemacht. Aber diese City Maps hier, ich weiß nicht, die kotzen mich gerade uns wie alle an. Also, angefangen von der ersten City Map mit dem Panzer, bis zu der jetzt hier. Ich glaube, die City Maps werde ich, äh, ich werde jetzt fürs Let's Play durchziehen. Aber, für mich persönlich haben die Maps abgedankt. Ganz ehrlich, muss ich zugeben. Das ist, nö. Das ist so nicht mehr normal. Vor allem, das ist ja nicht nur so, dass man sich anstrengen muss, sondern es ist regelrecht unfair. Ich meine, die gegnerischen Panzer haben 9.000 Verteidigung. Diese Cyberdemon haben 5.000 Verteidigung. Und was haben wir? 2.000. Wow. Ach. Na komm, komm. Das ist so ein Blitz. Das ist so ein Blitz. So gehört sich das. Gut. Warte, noch einer. Äh, nein. Nein. So. Dann wollen wir mal weiter. Hier war irgendwo auch noch so dieser Feuerballspucker. Ach ja, da ist er schon. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Alter. Oh. Oh. Sind da mehrere. Hä hä hä. Oh Alter. Scheiße. Wer nicht mehr geht. Wer geht doch. ? No. Oh. Dankeschön, Dankeschön, das ist bei mir doch auch. So, dann wollen wir mal. Okay. Wie sieht die Map aus? Okay, wir müssen vorne nach links. Da. Ich glaube, der Oma hat was persönlich gegen mich. Hallo. Komm her. Dein Raba-Junge und tück dich. Dankeschön. Okay. Oh, da habe ich Kartisch für den Geben. Hehehehe. Okay. 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 Oha. 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 Ist das die, oder was? Nee, das bin ich. Ah, okay. Hier ist irgendwas mit Zombie-Man. Noch was. Auch da. Zombie-Man... Was? Zombie... Ach so. Zombie-Main-Battle. Ah, sieht doch schon aus. Main-Battle-Tank-Buddy. So, wenn's ne 1 gibt, die verschillt auch ne 2. Ach so, erstmal hier wieder runter. Nö, gibt's nicht. Oh, danke dafür, ihr Bitches. Wie gesagt, ist mir einfach zu blöd. Muss ich gar zu viel zugeben. So. Ob die nehmen wir doch noch? Hä? Oh. Was? Lol. Ah, da hinten ist ne Spinne. Gut. Dann gehen wir mal nach hier. Auf die Wäsche. Ja, da ist... Oh, ne, da ist ein Imp. Kommt die Papi. Was? Oh. Jetzt gar nichts. Gut, dann gehen wir mal... Kommt die Schau. Oh. Oh. Jetzt gar nichts. Gut, dann gehen wir mal... ...Punkasche. ...Ohh. Okay. Na? Das geht... Och Leute, wie viel... Was ist denn das für wieder für Panzer? Ja. Okay. Zombie Artillerie Tank. Ich brauche mal. Zombie... Ar... Te... Ö... Marine... Was? Achso. Tank... Body 1... Okay. Ist das behindert? Ist das behindert, Alter? Das ist so sinnfrei. Gut. Hoffentlich können wir jetzt endlich mal normal weiterspielen. Ah... Da hinten... Bin wir ans Leder... Ja... Ist das die... Ist das die gleiche Spende jetzt, oder was? Ähm... Scheint so. Wir müssen jetzt... Hallo. Achter... Achter... Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn man näher nicht mit dran ist, machen die Raketen mehr Damage. Da brauche ich nur zwei. Oder das ist auch zufalls generell... Das war dumm. Oha... Das war richtig scheiße. Fuck! Äh... Aber da gibt's nur Rüstung. Oh... Danke, Danke, Danke... Geht doch... Geht ja... Einigermaßen... Ich hoffe ja echt, dass das war die letzte Map mit Tanks. Äh... Egal... Selbst wenn nicht... Bei der nächsten Map, wo Tanks auftauchen... Werde ich die Tanks gleich löschen. Wie gesagt, es ist... Ist das Glück. Gut... Äh... Wollen wir mal lieber nicht mehr darüber reden? Sondern uns auf die Battle konzentrieren? Ah... Und bist du da hinten? Gibt's da noch mehr? Nein, gibt's hier nicht. Was sieht ansonsten alles sicher aus? Okay. Dann kommt das, Papi. Dankeschön! Dankeschön! Oh! Woah! Woah! Fuck! Ja, wo denn? Hallo! Mhm. Ja, verstehe. Ach da! Ich sehe! Ach da! Wieso geht der denn von mir weg? Ist der... Irgendwie ein bisschen... Ähm... Kurzgedächtlich? Nicht? Hier geht's auch nochmal... Schönen Zuspruchspunkt. Das sieht aus wie so ein Man-Typus. Dieser... Feuerball-schießende Bastard. Ja, genau. Okidoki! Hallo, Motherfucker! Hello, Motherfucker! Oh! Wow! Äh... Na gut! Ist natürlich shit, wenn einer reicht. Also ein Schuss. Das macht die Sache wesentlich einfacher. So... Ähm... Hier war ich. Bei... Ja, doch, da war ich. Gut. Dann würde ich mal sagen... Hier geht's weiter. Hier ist ein offenes Gelände. Aha! Fuck! Was? Zur Hölle! Achso... Dachte grad schon. Dankeschön! Gut, das hätten wir. Achso... So! Ordnung muss sein! Ordnung muss sein! Hm... Ja, da wurde auch schon wieder ein Tank gewesen. Alter, das ist... Nee... Nee, nee, Leute. Lieber... Sergate Mark IV... Bitte entfernen einfach alle Panzer. Sowohl die für uns, als auch die für die Gegner. Einfach alle entfernen. Alles andere kann man so lassen. Hm... Vielleicht ein bisschen verbessern noch, aber... So lassen. Aber die Panzer einfach entfernen. Einfach entfernen. Die sind schwachsinnig. Oder besser ausgleichen. Das geht auch. Besser ausgleichen? Okay. Also hier fairer machen. Im Sinne von... Angriffsstärke, Verteidigungsstärke. Aber so wie sie jetzt sind, kannst du uns einfach in die Tonne treten. Ich wecker schon wieder über die Panzer. Aus jetzt, Ronny. Aus. So... Da ist eine schwarze Textur. Das sieht auch nice aus. Mal gucken, ob da was ist. Äh, okay. Wahrscheinlich hat er gedacht, von hier aus sieht man das nicht, reicht aus. Und hat vergessen, dass man auch so gucken kann. Ich weiß es nicht. Es erschließt sich mir noch nicht. Aber gut. So, da oben kam jetzt der Spider Mastermind, ne? Wow. Du musst sterben. Oh Gott. Spider Mastermind. Ich hab irgendwie... Oh, Alter. Das ist meine Optik. Ne? Ne? Ich hab irgendein bisschen Schiss vor der. Äh, wir haben ja aber noch genug Raketen, oder? Oh, na gut. Ähm. Vielleicht sollte ich noch auf eine andere Waffe umstellen. Zum Beispiel auf... Oh, irgendwie sowas. Nein. Ja, könnte man machen. Äh. Aber irgendwie auch nicht, wo sind wir jetzt hin? Hallo? Ach da. Na gut, natürlich. Haha. Ach komm, ganz ehrlich. Wer nicht will, der hat schon. Äh. Please let me alone. Ja. Boah, Alter. Ja, der hat mal Kaliber. Die wird gleich bei mir. Scheiße, wie ist die so schnell? Boah. Hab ich gespeichert? Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Du bist doch einfach. Ja, Alter. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Aber die musste sterben. Boah. Ey, wir haben 350 Schuss verbraucht. Halleluja. Das ist aber nicht nett. Also, jetzt gucken wir, ob wir noch irgendwo anders sind. Rumhausen. Aha. Ja, komm auf. Ah. Passt doch. Oha. Fuck. Fuck. Nieu. Wie ist das ein Dreifachschuss, ey? Da wäre ich da gar nicht, wie der wer draufweichen soll. Oh, das wird so schlecht. Jawoll. Ja, das ist doch schlecht. Jawoll. Haha. Lass mich aufhören. Lass mich aufhören, du Arsch. Hä? Das ist doch schlecht. Das ist doch schlecht. Jawoll. doch konnte nicht schnell hintereinander schießen und wie war das gott blockiert so quicksave dann saven wir mal so was gab es jetzt hier oben hast du noch ja ja ach du kacke ach du kacke ähm 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 äh da oh shit ähm ich mach erstmal den da fertig gut den haben wir ähm da raus wo waa fuck mein mann kubus gibt es ja auch noch auch scheiße alter dankeschön heute glaube ich nicht aber ich glaube ich nichts aber egal Oh, wow, wow, fuck, oh scheiße, ach nein, fuck, da ist Bullshit, ah halt, hier war ja auch noch so ein Monster, da war ja auch noch so ein Cyber-Deep, ich glaube, ähm, fuck, ja gut. Fuck, hier gibt es immerhin ein bisschen Leben, och man, Alter, da ist massiv da drin, ich sehe die Welt in Stereo, in Stereo, hier auch, das ist bloß die eine. Ah, hoffentlich guckt Sir Gage Mark vor, irgendwann mal Sir Gage Mark vor, irgendwann mal meine Videos, in der Hoffnung, dass er die Texturfehler sieht, äh, falsch, die Texturfehler, und den Trouble mit dem Panzer an. Gut, äh, wie greifen wir an, wir brauchen irgendeine gute Waffe, ich bin fast gewillt, diese Waffe einzusetzen, mal wieder, ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, aber, ein Doppelpack bitte. Oha, kommst du, Papi? Ach, was ist der gut? Das habe ich getan. Was soll ich still? Nein, 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 komm! Ja, geht doch! Haha! Oh, schau mal in den Namen, danke schön. Ach, so, hier waren jetzt diese ganzen, oh Gott, hier waren jetzt sehr viele von diesen roten Kackarschen drin. Die sind gegen die Com effektiv, aber mehr haben wir schon nicht so gegen die, die will ich noch nicht verschwenden. Ich speichere mal ganz kurz, mal gucken wie effektiv die Waffe ist. Äh, gar nicht einfach hier. Wow. What the fuck? Wie kann ich an einer Laterne hängen, die gar nicht mehr steht? Wow. Ach, Mann, ey. Äh, okay, das wird also nichts. Äh, komm. Ähm, nein. Ähm, 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 der Duster. Das funktioniert genau gar nicht. Äh, das ist doch ja nicht. So, das hat die Turnbuchscheiter. Nein, das war. So, dann wollen wir mal nicht das Auto kaputt machen. Das war teuer. Das ist, 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 das ist noch nicht abbezahlt, ja? Also immer schön sacht mit den Junkern hier. Oh, ich kriege gleich einen Kack-Arschwurm. Oh, ich kriege gleich einen Kack-Arschwurm. Haha. Hahaha. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020 anna maria josef das gibt's doch gar nicht war na los jetzt Hör doch mal, Jax. Habt ihr viele getroffen? Gar kein getroffen. Hallo. Aaaaaah. Hallo. Gut. Oh, schon mal ein Onkel an. Wow, hier ist noch einer. Fuck! Wollen wir mal kurz speichern hier? Dankeschön! Holy moly, das war mal wieder heftig hier. Tja. Dann werde ich wohl bei der etwas länger brauchen, um die alte Monitor wieder zu sammeln. Oh Gott. Hier auch noch roter. Wow! Fuck! So, was kommt, was haben jetzt nochmal für Gegner? Achso, die ganz einfachen. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Dann geht's doch hier ja gegen den Kuchenbazar. So, ich krieg's halt. Okay. Guck mal rum hier. Wo ging's jetzt hier weiter? Hä? Ach, das war doch die Map. Ach du Kacke. Okay, Leute. Ähm. Wie mach ich das jetzt? Ähm. Ja. Eigentlich wollte ich das am Ende der Map machen, damit ihr diesen Teil wieder überspringen könnt. Aber die Map ist noch gar nicht zu Ende. Aber die Map ist noch gar nicht zu Ende, weil jetzt kommt genau der Teil von dem... Ach du Kacke. Ich äh... Meinte mit dem Portal. Ist ja diese Map hier. Na gut, dann muss ich das jetzt schon machen mit dem Munition sammeln. Das heißt also, entweder ihr guckt zu oder ihr überspringt den Teil mit dem Suchen, manuell. will. Oder ich schreib irgendwann in den Videobeschreibungen rein, zu welcher Position ihr springen müsst. Und wenn ich daran denke, dann ist das nicht das Problem dabei. Ähm. Ja. Ich werd's jetzt einfach mal nicht zu suchen. Weil jetzt kommt nämlich dieses Portal, mit dem ich zur Hölle gehe. Und... Ja. Da ist ja dieses super starke Monster. Halt... Der... Der erste... Standalone-End-Gegner. Mit dem entsprechend hohen Werten. Und ja. Dementsprechend brauche ich da gute Munition. Ich meine, ich werd versuchen... Also ich hoffe, dass ich alles mit den Dingern hier schaffe. Aber nur weil ich das hoffe, heißt das noch lange nicht, dass es klappt. Von daher hätte ich schon gerne ein bisschen Munition auf Reserve. Weil... Brauchen werde ich so auf jeden Fall. Für den Fall, dass das nicht klappen sollte. Ah. Gucken wir mal uns hier mal ein bisschen um. Woher noch so alle Munition ist. Ich weiß, wie sind jetzt irgendwelche Monster, die jetzt hier noch auf mit Waffen... Und mich abkratzen lassen? Das wäre nämlich echt schade. Ähm. Nein, die geht mir noch nicht hin. Da komm ich ja später hin. Lalalalalala... Ach, weg hier. So... Das ist ein großes Tor, Alter. Was ist hier drinne? Flugzeughang da oder was? Ich meine, breit genug wär die Straße, ja. Könnte man schön als Start- und Landebahn nehmen. Äh. So. Hier ist der erste Streit. Dankeschön. Dass wir so brass auf dich gewartet haben. Ah, hier geht's wieder hoch. Gut, hier sind wir schon fast am Ende von der großen Kreuzung hier. Von der Straßenkolonne hier. Von dem Garten gedöhnt. Hier ist schon fast am Ende jetzt. Oh, hier ist auch nichts mehr. Nope. Nope. Ah. Danke für deinen treuen Dienst, du Wichser. Danke für deinen treuen Dienst, du Wichser. Ah. 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 Ah, dir wollte ich auch nochmal ganz persönlich Danke sagen. Scheiß Stück, du Motherfucker. Scheiße, jetzt meine Lackzach stören ja. Oh. Alter, vielleicht kann man den Ding wieder schauen. Oh, noch alles. Das gefällt mir. Hehehe. Das war's. Kling, kling. Dankeschön. 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 Wissste was? Macht ja ehrlich. Fuck you. Oh. 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 Soviel zu meiner Wertschätzung deiner Arbeit. Bitch. Und hier geht's weiter. Auf dem Rückweg muss ich den auf jeden Fall runter, um mir diese Dinger dazu holen. Oh. Oh. Hier nicht. Sondern... Hier sieht's ja aus wie nach dem dritten Weltkrieg. Gut. Schrot habe ich jetzt erstmal. Da ist doch noch so ein kacke Dings wie Pistole und so. Eigentlich müsste ich jetzt hier rüber. Fuck. Weißt du, ich kann alles Mögliche hochjagen, ja? Jeden kleinen Scheiß kann ich hochjagen. Aber so ein fucking Gitter hilft mich natürlich komplett auf. Oh. Hier war noch was, aber das war glaube ich nur Schrotfilter. Ja, genau. Es sieht eigentlich mittlerweile alles wieder relativ gut aus, was so meine Munition angeht. Gut, Pistole ist jetzt ein bisschen lidiert und Plasma ist ein bisschen lidiert, aber... Ganz ehrlich, den nutze ich auch kaum. Von daher... Aber hier gab's nichts mehr, oder? Nee. Gut. Dann geh ich jetzt mal Strass-Through zurück. Dankeschön. Oh, hier ist auch nichts mehr, oder? Doch. Pistole ist sie noch. Das war's dann auch schon. Okay, okay. Gut. Dann geh ich jetzt runter. Ich hol mir meine ganzen Kackendinger da. Wobei mir grad einfällt, das ist ja Bullshit. Weil... Ich brauch jetzt mein Health Pack. Ansonsten hätte ich hier nach nur 181. Ich will aber 200 haben. Leute. Und wo ist meine Belohnung? Dafür, dass ich so fleißig war. Ach komm, fack auf jetzt. An dem Ort des Geschehens ist ja, glaube ich, sowieso Megasphäre. Megas... Megas... Megaswo... Das war's wie. Äh... Das wird ja auch schon wieder so eine lange Map. Mua! Hä, warum liegt das denn so? Ich bewege mich kein bisschen. He, 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 he. Ich bewege mich kein bisschen. Heißt also auch mein Fixed Point kann ich auch nicht bewegen. Trotzdem bist du hier nicht her. Was ist denn hier los? Verste ich nicht. Weißt du was? Fuck you! Ich muss euch zerstören. Ich muss euch auf meinem Gedächtnis lösen einfach. Und jetzt auch nicht mehr in die Luft. Ich muss mich nicht mehr in die Luft. Ach, wer ist denn so? Ich habe schon lacht beschädigt. Ich muss mich immer lacht beschädigen. Ah, schon reifenverschneiden. Ah, fuck you! Ups Ich hab nicht davor gespeichert, oder? Also jetzt würde ich mich generell überschlagen Ach komm, fuck off Ist das behindert? So, dann geht's jetzt einmal straight through zurück Hier geht's jetzt hoch, nein Achso, Quatsch Ich muss ja erstmal hier um die rechte Kurve Um die kumplige Kurve So, und dahin geht's dann rechts hoch Äh, links hoch Hier einfach alles brennt, Leute Oh, geht's doch noch alles Ich bin einer der zweiten Generation Fuck Ich bin so ein Resilienzpäschen Weißt du, ich suche die gesamte Map ab nach jeder kleinen Weiß nicht Obwohl, äh, ob hier irgendjemand im Graf auch nur eine kleine Patrone versteckt hat Und so ein Feld übersehe ich dann natürlich Das war klar Das war wieder typisch Ach, Leute Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich mich hasse So, dann geht's jetzt zu dem Portal Wo ich erstmal diese scheiß Gegendammel wiegen darf Du machst mir Angst Bitte geh weg Geh weg Danke Geh weg Danke So Aha Ah, verstehe So, hier war ja auch ein Monster Und Dank Gott, hier ist doch noch Falschaden, ne Ich wollte jetzt nicht weiter erstmal Danke Oh, doch kein Falschaden Sag ich doch, ich gieße mal auf das Bitch Gut Dankeschön Ah, pack ich doch Megasphäre Das kann ich leider nicht gebrauchen Gut Das kann ich gebrauchen Ich kann ich gebrauchen Boah, das ist Achso, das ist sogar Plasma Passt ganz gut Ja Dann gehen wir mal auf den Ring Ähm Das Problem ist, ich weiß nicht Ich speichere erstmal Und ganz ehrlich, ich glaube ich werde ein bisschen cheaten Und zwar werde ich es wie folgt machen Ich gehe einfach runter Alle Digi das Fisch Äh Bis es fast tot ist Werde dann noch Clip aktivieren Wie wir da rauf gehen Werde die ganze Scheiße hier holen Und dem Monster dann den Rest geben Weil das Problem ist ja Wenn man das Monster umgebracht hat Endet die Map hier auch direkt Von daher Äh So Da wollen wir mal gucken Ob mein Lang aufgedachter Plan Achso Siehst du Hier war ja noch dieses andere Monster da Aha Da ist es Das würde ich doch gerne vorher umbringen Sonst ist das schon der Hindernis für mich Und das wollen wir doch nicht Nicht runterfallen Wo ist das jetzt so Hallo Achter Na komm her Ach Junge Dankeschön Bist du auch einer der dritten Generation Alter Ernsthaft Wow Die Fische haben einfach mal tausend Verteidigung Kein Wunder dass es so lange braucht Bis ein Fisch tot ist Okay Let's rock Wieso stürfst du nicht Fuck you Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Schnell Stopp doch endlich Oh oh Fuck Also gut Also nur hiermit geht es auf jeden Fall nicht Und ich brauche irgendeine gute Position Von der aus ich starten kann Ich gehe mal direkt hier hin Aber Alter Ich bin schon tot Bevor ich angefallen habe Ich bin schon tot Putscher Ah, da, 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 da. Nein, f*** you. Äh, Speicher ist? Ja, komm. So, jetzt mal. Halt. No Clip. Lauf doch. Perfekt. So, da, 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 da. Danke schön. Perfekt. So kann man das Level beenden. Ja, komm. Und wie gesagt, ja, ich weiß, es ist eigentlich gescheite, klar, streng noch, aber andererseits muss man noch sagen, es gibt keinen Grund, warum er mal das Monster umgebracht hat, gleich in das Portal gehen sollte. Heißt also, normalerweise würde man im Echten erst wieder raufklettern, sich die Sachen holen und dann ins Portal springen. Dementsprechend mache ich das auch so. Okidoki. Das war mal wieder eine Map. Äh, äh, äh. Ok, gut. Er glaubt, das soll's heute auch, äh, für heute auch gewesen sein, mit, oder, jetzt allgemein spiel ich zur Zeit erstmal mit Extermination Day. Ich werde jetzt mal die andere Sachen weiterspielen, wie zum Beispiel Doom for Doom, äh, Back to Saturn und Ultimate Doom mit Project Brutality. Extermination Day. Ok, hab ich jetzt erstmal das City und die andere Kacke durch und das mit der Hölle, was können wir machen, wenn wir mit den anderen wieder ein bisschen weiter sind. Joa, von daher wird's überfordern. Ciao.